Einen Papierstau beim Samsung Express C460FW beheben Wenn Sie auf Ihrem Samsung Express C460FW eine Fehlermeldung erhalten und es sich dabei um einen Papierstau handelt, dann drehen Sie Ihr Multifunktionsgerät zunächst auf die Rückseite. Entfernen Sie den Netzstecker und öffnen Sie dann die Heckklappe, um auf das Innere des Geräts zugreifen zu können. Bevor Sie etwas im Innenbereich Ihres Druckers anfassen, sollten Sie zuerst einen Wärmetest am sogenannten Fuser durchführen, indem Sie Ihre Hand vorsichtig davor halten. Schieben Sie den grünen Schieber nach rechts und klappen Sie den Transferroller nach unten, um einen freien Zugriff auf das gestaute Papier zu bekommen. Fassen Sie das Papier mit beiden Händen an und ziehen Sie es langsam in Papierlaufrichtung heraus. Sollten Sie das Papier hier nicht vollständig entfernen können, drücken Sie zunächst den Transferroller zurück an seine ursprüngliche Position und schließen die Heckklappe. Drehen Sie das Gerät danach zurück zur Vorderseite und öffnen Sie dort das Bedienfeld des Druckers. Wenn Sie im oberen Bereich der Einzugseinheit weitere Papierreste entdecken sollten, dann entfernen Sie auch diese. Nachdem Sie den Gerätedeckel wieder geschlossen haben, prüfen Sie abschließend, ob der Einzug hinter der Papierkassette verstopft ist. Sobald alle Papierreste vollständig entfernt sind, legen Sie die Papierkassette wieder ein. Ist Ihr Drucker wieder an das Stromnetz angeschlossen und die Aufwärmphase abgeschlossen, dann wird Ihnen der Gerätestatus erneut auf Ihrem Display ausgegeben. Wenn keine Fehlermeldung mehr vorliegt und die grüne LED leuchtet, ist Ihr Samsung Express C460FW wieder betriebsbereit. Das ist ein Vielen Dank.